Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Amazon und zwar mit dem Systemtreff High End Gaming PC AMD Ryzen blablabla, das sind nur die technischen Specs, für 1734,90 €, runtergesetzt von 1869,90 €. Dieses System wurde mir vorgeschlagen bei unserem Video Vorschläge Kanal von Shimbo und das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr könnt bei uns hier im Discord auch das Ticketsystem benutzen, da könnt ihr eine Config Anfrage stellen, wir machen euch gerne eine Geizheitsliste, das könnt ihr euch dann selber bestellen, zusammenbauen, wir können das auch anfragen, zum Beispiel über MyPC, dass sie dann dementsprechend ein Angebot erstellen und das könnt ihr dann fertig gebaut auch kaufen mit Garantie und so weiter. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Diesmal zum Glück nicht so krass fake, also das Gehäuse stimmt, die RGB-Lüfter in der Front auch, auch der Hecklüfter stimmt soweit, der CPU-Kühler, ja, ist hier ein Top-Low-Kühler, ist eigentlich ein ganz normaler Tower-Kühler, aber man sieht jetzt nicht extrem beleuchteten RAM oder ein Full-ATX-Bot in ein Micro-ATX, wie auch immer, pipapo, ihr kennt das ja alles, ne, von daher ist das soweit schon okay. Was mich persönlich schon mal so ein bisschen stört, ist der Titel. Systemtreff High-End Gaming PC, das ist kein High-End. Da ist noch AM4 verbaut für den Preis, da ist eine 4070 Ti drin, das ist auch kein High-End, das ist mehr so Mid-Range kann man sagen, da kommt ja noch die 4080, 4080, Super 4090, AMD hat auch noch Karten, deswegen richtiges High-End ist das nicht. Was hier steht, ist für Gamer, Zocker und Streamer, naja, Gamer und Zocker sind das gleiche, Streamer, ja, tatsächlich auch, hier ist ein 8-Kern-Prozessor drin. Ist für mich immer so eine Range, damit kann man gut streamen, natürlich könnt ihr auch mit der 4070 Ti streamen, wenn ihr darüber rendert, ich persönlich empfehle halt immer ein 8-Kern-Prozessor. Ihr habt ja nicht nur den Stream, ja, also ihr habt das Game, ihr habt OBS, ihr habt dann noch ein Chatbot laufen, dann habt ihr noch Spotify, Discord, irgendeinen Browser-Tab, ne, ihr wisst, was ich meine, da bieten sich 8-Kerne einfach besser an. Was ich persönlich gut finde und was man auch relativ selten sieht, auch bei Otto und Kaufland und Wesale heißen, hier wird vernünftig aufgeschlüsselt. Als CPU bekommen wir nämlich einen AMD Ryzen 7 5800X3D, gut, das ging auch aus dem Titel hervor, aber hier ist es wirklich gut aufgeschlüsselt. Und ja, wie ich eben schon sagte, bei dem Preispunkt noch AM4 zu nehmen, bin ich nicht so der Fan von, funktioniert natürlich, der 5800X3D ist ein guter Prozessor. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 105 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS, könnt ihr auch ganz easy mit 3600 laufen lassen. Den kann man gut zum Zocken nehmen, gerade wegen dem 3D-V-Cache, ihr könnt damit auch streamen, wegen den 8 Kerne, habe ich eben schon gesagt, ist aber halt ein bisschen älter. Wir sind jetzt schon beim Sockel AM5, der auch die nächsten Jahre noch weiter von AMD so betrieben wird, bei AM4 ist erstmal Schluss. Und der kostet 282 Euro beim Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Systemtreff ITS Raven 220 Luftkühler. Bei ich habe ihn getestet. In einem meiner letzten Videos habe ich einmal die Wasserkühlung vom Systemtreff getestet und den Luftkühler. Und die beiden waren soweit in Ordnung. Für den Prozessor reicht dieser Luftkühler auch dicke. Hier steht jetzt auch kein Wert bei diesem Arctic Freezer. Wie gesagt, das ist auch nicht 1 zu 1 der gleiche. Ich weiß aber, dass der ITS Raven 220 186 Watt abtragen kann. Und dieser Prozessor ist halt mit 105 Watt angegeben, in Vollauslastung 142 Watt. Das weiß ich auch, habe ich auch schon getestet. Ist schwieriger zu kühlen, weil er halt noch diesen 3D-V-Cache hat und so weiter. Und auch wegen dem Chip-Design. Aber der Luftkühler packt das. Deswegen nehmen wir für den Preispunkt einfach diesen hier als Vergleich. Und der kostet 19,24 Euro bei Arctic GmbH über Amazon. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming XVII. Haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ist so ein Standardboard, neben vielen Systemintegratoren. Einfach nur, weil der Einkaufspreis wahrscheinlich sehr attraktiv ist. Aber es ist immerhin ein Full-ATX-Board. Wir haben gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein. Die beiden Slots werden sehr wahrscheinlich überdeckt von dem Grafikkartenkühler. Deswegen, die könnt ihr nicht nutzen. Und dann habt ihr hier noch zwei Slots für eine WLAN-Karte und eine Capture-Karte oder ähnliches, weil dieses Mainboard bringt kein WLAN mit. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-Innen, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, zweimal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr mit diesem Prozessor sowieso nicht benutzen. Von daher lasst es einfach links liegen. Und dann haben wir noch einen PS2-Anschluss. Werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das Board erfüllt seinen Zweck. Ich finde, ist von den USB-Anschlüssen halt ein bisschen mager. Gerade wenn man 1.700 Euro in die Hand nimmt, da gibt es schon bessere. Aber es funktioniert halt in diesem System. Und das kostet auch schlappe 98,90 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4, 3600 MTS, Team Group T-Force Vulkan-Speicher mit Kühlkörper, 2x16 GB, also Dual-Channel, erweiterbar, blablabla, wissen wir alles. Finde ich persönlich gut gewählt. Hat jetzt keine RGB-Beleuchtung oder so, aber 3600 MTS, was über der Spezifikation von AMD ist. Und eben 32 GB wird den meisten reichen. Klar, man hätte auch 64 reinschmeißen können, aber was wollt ihr denn damit? Ist jetzt leider kein CL16-RAM, CL18 ist aber soweit auch noch okay. Und der kostet 68,20 Euro bei csvdirekt.de. Die Grafikkarte ist ein Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, 12 GB. Da wir nicht genau wissen, welche wir bekommen, nehmen wir wie immer die günstigste. Ist in dem Fall die von MSI, die Ventus. Die 4070 Ti ist eine gute WQ-AD-Karte, Full-AD sowieso, 4K-E-Sports-Titel. Ihr könnt in 4K das ein oder andere Game auch spielen, wenn ihr dann die Texturen runterdreht oder so. E-Sports-Titel aber halt ganz easy. Ansonsten für WQ-AD echt eine gute Karte. FPS ist dazu, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Was ich aber aus persönlicher Erfahrung sagen kann, wir haben ja auch die 4070 Ti hier im Haushalt, also Lexi hat die, die immer die Thumbnails macht. Wenn die Hogwarts Legacy spielt und alles auf volle Möhre ballert, da wird das nicht mehr eine große Freude mit den FPS-Zahlen, dann pimmelt die so auf 40 FPS rum. Nur, dass ihr ungefähr eine Ahnung habt, was die so kann und was eben nicht. Und die kostet 689 Euro bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1000 GB M.2 SSD NVMe, 3600 MB die Sekunde lesen, 3000 MB die Sekunde schreiben. Das wäre dann halt diese hier. Erstmal ist die bei Systemtreff ausschließlich in diesem System überall gelistet, da sei denn es sind andere Leser- und Schreibraten angegeben, aber die hier decken sich halt 1 zu 1 mit den Angaben auf Amazon. 1 TB finde ich persönlich ein bisschen wenig. 1700 Euro System, wir haben ja sonst immer gesagt pro 1000 Euro 1 TB. Ja, ich hätte 2 TB genommen. Das müsst ihr aber für euch entscheiden, wie viel Speicher braucht ihr. Ich zum Beispiel, ich spiele nur drei Spiele, das sind PUBG, Overwatch und Dead by Daylight. Da brauche ich nicht mehr als 1 TB. Wenn ihr jetzt sagt, ich will am Tag zwei verschiedene Spiele spielen und über die Woche dann 14 verschiedene Spiele, ja dann wird es eng. Aber ansonsten kann man das halt so machen. Lese- und Schreibrate ist für einen Gamer völlig ausreichend. Und die kostet 65 Euro bei MineFactory. Das Betriebssystem ist Windows 11 Pro inklusive Treiber vorinstalliert. Joa, ist halt das aktuellste Betriebssystem. Treiber sind vorinstalliert, also Grafikkarten, Treiber und Audio und was ihr halt so braucht für diesen Chipsatz, das passt. Und das kostet 29 Euro bei IT Hardpulse. Office ist LibreOffice, Vollversion Word und Excel kompatibel. Ja gut, LibreOffice könnt ihr euch auch so runterladen, genauso wie OpenOffice. Funktioniert alles. Virenscanner, Norton 360 Security mit Game Optimizer, ein Jahr Schutz für drei Geräte. Naja, das bedeutet für euch, ihr habt nach diesem einen Jahr Kosten, weil das ist ein Abo. Das erste Jahr ist kostenfrei. Das stimmt tatsächlich, das ist vorinstalliert, aber ihr braucht es einfach nicht, auch wenn das hier Game Optimizer und so weiter ist. Totaler Quatsch. Windows Defender, nicht auf irgendwelche Links draufklicken, die ein bisschen sass erscheinen und gut ist. Schmeißt das direkt runter, wenn ihr das System nach Hause bekommt. Wirklich, es frisst dazu auch noch Leistung, also muss echt nicht sein. Netzwerk, haben wir eben drüber gesprochen. WLAN, zwei in eins Bluetooth und WLAN-Stick. Da da sowieso nicht näher drauf eingegangen wird, also ist es ein USB-Stick. Nehmen wir einfach diesen hier, der kann auch schon den AC-Standard, wir haben auch schon AX, aber wir nehmen jetzt den für eine Preisfindung. Und ja, der kann auch Bluetooth. Und der kostet 11,47 Euro bei MineFactory. Gehäuse, Systemtreff, MIDI-Tower, Axum, Glasfenster, gehärtet, RGB-Beleuchtung, per Knopf steuerbar. Wir haben gerade eben auf dem Bild die vier RGB-Lüfter gesehen und die Mesh-Front, deswegen nehme ich jetzt als vergleichbares Gehäuse eins mit vier RGB-Lüftern und Mesh-Front. In dem Fall das Colink Observatory HF-Mesh. Ne, bringt halt das mit, was auch in den Specs steht. Airflow wird gegeben sein, was soll ich dazu sagen. Und das kostet 52,89 Euro bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI-Mac A850 GL Pisa Express 5. Das hat zehn Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular und hat 850 Watt und den neuen ATX 3.0 Standard. Endlich kein China-Böller-Netzteil. Dieses Netzteil empfehlen wir tatsächlich sehr, sehr häufig, weil da auch die Kabellängen stimmen und so, ist ganz angenehm beim Bauen. Top-Netzteil. Das ist in der PSU-T-List auch ein A-Plus-Netzteil. Könnt danach schauen, die Liste ist bei mir in der Videobeschreibung. 850 Watt hätten für diese Konfiguration gar nicht mal sein müssen. Ist schon ziemlich viel, selbst wenn ihr ihn voll auslastet. Also Grafikkarte und Prozessor 100%, was man eigentlich nur in Benchmarks macht, bleibt noch eine Menge übrig. Da könnt ihr hinterher sogar eine 4090 reinschmeißen, theoretisch, weil der Stecker ist dabei und das Netzteil reicht. Und das kostet 128,83 Euro bei MineFactory. Lieferumfang, Mainboard, Handbuch, ja gut, das ist bei jedem Mainboard mit dabei, ansonsten Landeshalt im Altpapier, Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, drei Jahre Garantie. Ist auch nicht selbstverständlich. Man kann so zwischen 50 und 80 Euro rechnen, je nach Systemintegrator, was so ein Jahr extra Garantie kostet. Die meisten geben ja standardmäßig zwei Jahre. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Bluetooth-WLAN-Stick, den CPU-Kühler als Alternative, das Gehäuse als Alternative, das Netzteil und Windows und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.444,53 Euro und das System kostet 1.734,90 Euro. Da sind wir jetzt bei einem Aufpreis von 290 Euro. Für Amazon-Verhältnisse eigentlich gar nicht so schlecht. Dass das zu teuer ist, brauchen wir nicht drüber reden, weil wenn ihr halt direkt irgendwie bei Dubaro schaut oder sonst wo oder selbst bei Systemtreff auf der Page findet ihr für den gleichen Preis bessere Systeme. Das liegt halt daran, Amazon will seine Prozente, Kaufland will Prozente, Otto will Prozente. Dadurch wird das System sowieso schon teurer. Ich würde einfach sagen, wenn ihr so ein System mal seht, dann geht einfach mal auf die Seite von dem Systemintegrator und guckt, was der so hat. Das muss jetzt gar nicht Systemtreff sein. Das gilt für alle, die irgendwie über diese Marktplätze anbieten, weil der Marktplatz macht das extra teuer, weil die wollen alle einen Teil vom Kuchen abhaben. Was die Konfiguration angeht, wenn ihr cool damit seid, immer noch auf DDR4 rumzusurfen, aber dafür mit einem relativ guten Prozessor. Ja, kann man eigentlich so machen. Ich für meinen Teil sage, dass da schon AM5 besser gewesen wäre. Aber es ist kein räudiges Drecksystem, kein Micro-ATX-Board, es ist ein Airflow-Gehäuse. Wir haben ein vernünftiges Netzteil darin, kein Chinabella. Gut, nur eine Luftkühlung, die aber für diesen Prozessor reicht, weil den Luftkühler habe ich selber getestet. Und jetzt kommt die Alternative und was ich jetzt mache, habe ich noch nie gemacht. Ich habe eine Alternative beim gleichen Shop gesucht und ich habe auch eine gefunden. Und das Gehäuse deckt sich sogar. Sogar das Bild deckt sich. Ich glaube, die haben einfach nur eine andere Farbe gewählt. Also wir haben das gleiche Gehäuse. Wir bekommen hier allerdings schon einen AMD Ryzen 7 7700. Der ist im Vergleich zum 5800 X3D im Gaming um 6,6% schwächer. Das macht halt dieser 3D-V-Cache. Dafür aber in der Produktivität um ganze 21,4% stärker. Das müsst ihr jetzt wissen, was ihr mit dem System macht. Also fürs Gaming reicht das zwar immer noch dicke, aber wenn ihr mehr Produktivität wollt, weil ihr vielleicht noch Videos schneidet oder streamt oder sonst was, dann ist der 7700er tatsächlich die bessere Wahl. Aber nur als Warnung, der 7700er ist ein richtiger Hitzkopf. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, was für einen Kühler ihr nehmt. Wir haben hier wieder den gleichen Prozessorkühler. Ich denke, im Gaming und auch wenn man mal hier und da was rendert, wird das ausreichen. Ihr könnt jetzt aber nicht hergehen und permanent einen Benchmark ballern, weil der Prozessor ist halt echt eine Sau, was das Kühlen angeht. Wir bekommen MSI B650 Gaming plus WiFi. Also kein B550, sondern 650 AM5 Sockel. Ganz klare Sache. Geht ja gar nicht anders mit dem Prozessor. Ist jetzt auch kein besonderes Board, bringt aber schon WLAN und Bluetooth. Somit braucht er keinen dämlichen Stick mehr. Wir bekommen 32 GB DDR5 6000er Corsair Vengeance CL36 2x16 GB. Na immerhin nicht CL40. Ich hätte CL36 jetzt auch nicht unbedingt genommen. CL30, CL32 wäre nice gewesen. Aber wir haben Dual Channel, 32 GB und 6000 MTS, was über der Spezifikation von AMD liegt. Was wir hier allerdings auch bekommen, ist nicht eine RTX 4070 Ti, sondern eine 4070 Ti Super. Auch dafür FPS Test in der Videobeschreibung ist besser als die normale Ti ohne Super, sagt der Name ja schon. Wir bekommen das gleiche Netzteil. Wir bekommen auch diese MSI Spatium SSD übernuss 11 64 Bit und eben auch drei Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Und die Kiste kostet halt 1794,90 Euro. Und ja, mir ist völlig bewusst, dass der jetzt 60 Euro teurer ist. Dafür habt ihr eine viel aktuellere Plattform und eine bessere Grafikkarte. Schauen wir uns dann nämlich die Liste an. Dann haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, wieder als Alternativen natürlich, das Netzteil und Windows. Und dann landen wir beim Gesamtpreis von 1635,37 Euro. Und das System kostet halt 1794,90 Euro, wie eben schon gesagt. Da seid ihr bei einem Aufpreis von 159 Euro. Und das ist dann tatsächlich schon ein fairer Preis, weil auch Dubaro und Krodos und MyPC alle in dieser Range, sag ich mal, von 120 bis 200 Euro anbieten. Manchmal bei richtigem High-End auch viel, viel teurer, klar. Aber in dieser Preisrange passt das. Deswegen lasst euch gesagt sein, meidet diese Marktplätze. Amazon, Auto, Kaufland. Zumindest bei PCs. Andere Sachen von mir aus kauft ihr da, habe ich eh keine Ahnung von, ob jetzt bei einer Waschmaschine auch was dazukommt oder so. Bei uns geht es jetzt um PCs. Und da würde ich einfach immer direkt zum Systemintegrator gehen. Was ich bei dem System jetzt noch ändern würde, wäre vielleicht der RAM auf CL32 oder CL30 und den CPU-Kühler vielleicht ein bisschen stärkeren nehmen. Wie gesagt, beim Gaming wird das gar nicht auffallen, weil ich habe ihn selber getestet. Aber ich würde trotzdem dickeren nehmen, falls ihr doch mal im Sommer im Dachgeschoss da irgendwie sitzt und zockt, weil dann wird das vielleicht nicht mehr reichen. Ansonsten finde ich das wirklich eine gute Alternative. Für 60 Euro mehr, aktuelles System, aktueller RAM, aktueller Prozessor, bessere Grafikkarte, habe ich ja eben alles schon aufgezählt. Und lasst hiervon einfach die Finger. Also Config, ja, war okay, Preis, naja. Lasst mir dazu einfach mal eure Meinung in den Kommentaren da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo wäre auch ganz geil. Bis dahin, auf wiedersehen und tschau tschau.